Man kann Handy schauen. Das macht die Mama, wenn sie gestresst ist. Man kann Massagen machen. Man kann sich Musik hören. Man kann sich ausrasten. Man kann Fernsehen schauen. Man kann schwimmen gehen. Man kann in die Sauna gehen. Man kann sich in warmes Wasser legen. Man kann sich auf die Kamera... ...und so schaut es aus. Okay.